hallo zusammen zu einer weiteren folge der spielzeugtruhe mit paul ich hoffe euch geht es allen gut und heute wollen wir uns zusammen den playmobil porsche 911 taga 4s anschauen der sieht schon super super sportlich aus gefällt mir auch ganz gut ich würde ihn auch fahren wenn ich ihn hätte bei dem playmobil porsche ist nicht nur das auto dabei sondern natürlich auch noch einen verkaufsraum mit stühlen tüchen pflanzen einem schild wo die eigenschaften vom auto beschrieben sind und noch anderen wänden sowie einen fernseher wo ein werbefilm drauf läuft und natürlich ein verkäufer und ein potenzieller käufer und das super coole auto die farbe gefällt mir auch schon ganz gut und dann wollen wir den jetzt mal zusammen auspacken und schauen wie der in echt aussieht der porsche verkaufsraum ist fertig aufgebaut und dann wollen wir uns doch mal anschauen was es dort alles zu entdecken gibt als erstes haben wir hier mal den käufer der trägt ein ganz lässiges hemd und eine blaue hose und den verkäufer der trägt einen anzug der muss bisschen schicker gekleidet sein dann will ja auch ein teures auto verkaufen er steht hier hinten vor seiner porsche wand da ist das auto auch noch mal drauf das ist so eine stütze das auch noch mal das porsche zeichen drauf dann haben wir hier noch eine schutzwand mit einem anderen plakat oder es ist ein fernseherg dann haben wir noch ein edel designtes blumenbeet hier das ist auch dass es in dem verkaufszentrum ein bisschen schöner aussieht und dann haben wir natürlich noch ein verkaufsdresen und der laptop ist auch wieder auf der porsche website da ist noch mal der porsche tag a4s als bild abgedruckt und dann haben wir auch noch eine andere verkaufsstelle da wird ein bisschen öl verkauft trinkflaschen und sprühflaschen damit wird der porsche angesprüht und immer auf hochglanz gebracht und dann haben wir hier noch trinkflaschen vielleicht sogar für rennfahrer die dann die trinkflaschen mit ins auto nehmen wenn sie mal über den nürburgring über oder über die nord schleife hetzen und dann haben wir natürlich hier auch den verkaufsdresen da gibt es auch noch mal andere sachen von porsche zu kaufen unterschiedliche schlüsselfarben sonnenbrillen uhren und modellautos und stifte dann gibt es im verkaufsraum auch noch zwei stühle da können sich dann der käufer und der verkäufer drauf setzen und den vertrag abschließen dann gibt es noch prospekte von porsche tag a da kann man die unterschiedlichen farben und innenausstattungen aussuchen und als vorletztes gibt es hier auch noch mal eine tabelle da ist angezeigt wie schnell der porsche wirklich sein kann und zu guter letzt haben wir auch natürlich noch das wichtigste den porsche der ist in blau und hat richtig richtig große räder und felgen sieht wirklich schon sehr sportlich aus man sieht auch die bremsklötze darunter sehr sehr detailreich gemacht innen drin sieht es auch ganz gut aus das können wir uns jetzt mal genauer anschauen indem wir das dach abnehmen so das dach ist abgenommen innen drin ist alles schwarz gehalten sind die sportsitze ausgewählt worden und auch das sportlenkrad und von hinten sieht der porsche auch mega sportlich aus hat vier auspiffe er macht auf jeden fall einen guten sound den werden wir uns auch gleich mal noch anhören der porsche hat natürlich noch eine funktion und zwar kann man auch die beleuchtung einschalten das geht auf der unterseite da gibt es einen knopf wenn man den drücken geht die beleuchtung von porsche an sehen wir hinten die lichter bremslichter und vorne die leds sind auch angegangen und jetzt gibt es noch eine kleine verkaufsszene mit dem porsche tager 4s ich bin echt aufgeregt heute ist der erste tag wo man den neuen porsche 911 tager 4s kaufen kann mal schauen wie viele kunden heute kommen kann ich ihnen helfen ja ich wollte mir den porsche 911 tager 4s anschauen ich habe gehört der ist ab heute erhältlich und habe überlegt mir mir vielleicht auch zuzulegen der gefällt mir wirklich gut ja da steht er in blau das ist er also wow der sieht echt gut aus können sie mir ein bisschen was zu den daten sagen na klar der hat 420 ps kann 303 km h fahren braucht 4,4 sekunden von 0 auf 100 und hat 500 newtonmeter oh das hört sich gut an jetzt nur noch die frage könnte ich den vielleicht mal probe fahren ich kann ihn ja nicht einfach so kaufen na klar das können sie wollen sie den porsche mit verdeck fahren oder ohne ja am liebsten ohne verdeck ist es ja gutes wetter draußen und der sommer kommt jetzt so das verdeck ist ab dann setzen sie sich doch mal rein und dann können sie ganz vorsichtig rückwärts raus fahren und vorher können sich natürlich auch mal noch den sound anhören einfach mal ein bisschen aufs gas treten und dann würde ich sagen sehen wir uns in zehn minuten wieder und sie bringen den zurück und wenn es ihnen gefallen hat können wir einen kaufvertrag unterschreiben alles klar so machen wir das dann schalten sie doch mal den motor ein hier links ist das ist das ein sound nicht schlecht ich fahre jetzt mal eine runde und dann sehen wir uns in zehn minuten wieder bis gleich bis gleich viel spaß wenn euch das video gefallen hat würde ich mich freuen wenn die kommentare da lasst ihr könnt uns auch gerne bewerten und abonnieren natürlich nicht vergessen und dann sehen wir uns in den nächsten videos wieder bis dann euer paul tschüss bis dann